Nachdem Sie sich ja jetzt so viele Jahre mit dem Patient Deutschland irgendwie auseinandersetzen, ob Sie eigentlich chronisch unzufrieden sind mit dem Zustand der Bundesrepublik? Ich bin chronisch unzufrieden seit ungefähr den 90er Jahren, ja. Das ist eine lange Zeit, Herr Herles. Ja, Mai, was soll ich machen? Unzufriedenheit heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss auswandern. Das meine ich nicht, sondern ich halte es für meine Aufgabe, immer wieder zu sagen, was da los ist. Dieser Konformismus, diese Liebe zum Gleichschritt, diese Liebe zur Ordnung, ja. Das ist ja auch, jeder quatscht heute über Entbürokratisierung, das ist das Verlogenste, was es gibt. Dieses Land ist überbürokratisiert, weil es überbürokratisiert sein will. Die Bürokratie ist die Waffe, ist das Machtmittel. Ist das Instrument, um eine Ordnung, um jeden Preis einzuhalten oder zu errichten, die den gerade mal herrschenden, passt gerade die antiautoritären ehemals Linken, die heute die Lufthoheit über den Stammtischen haben, die den Kulturkampf gewonnen haben, die heutige Regierung, Rot und Grün, das sind die, die am meisten Bürokratie schaffen, das sind die, die am meisten Autorität wollen, die von einer Ordnung schwärmen, Transformation in eine neue Ordnung, als sei Ordnung etwas gottgegebener, ein gottgegebener Naturzustand. Nein, es ist Willkür. Die Ordnung, die die haben wollen, ist keine Ordnung, sondern ist Perversion eines Staates, der wirklich mal erfolgreich war, der wirklich mal ein Staat war, der den Leuten den Aufstieg aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit gewährt hat, der die nachfolgenden Generationen belohnt hat, statt heute, wo man fürchten muss, dass es den Kindern wieder schlechter geht. Also all diese Dinge, die werden bei uns mit, der Staat ist die größte moralische Autorität, der Staat weiß alles besser, oder der Staat muss möglichst allen vorschreiben, was sie zu tun haben und dafür kriegst du auch Geld und Sozialleistungen. Der Sozialuntertan, davor hat schon Ludwig Erhard gewarnt. Heute haben wir ihn in reinen Kultur. Sie haben jetzt schon einiges aus Ihrem Buch vorweggenommen, das ist nämlich Ihr aktuelles Buch, Mehr Anarchie, die Herrschaften, also eine Polemik. Ich habe es auch irgendwie als Schimpfschrift bezeichnet ein bisschen. Sie bringen es gut auf den Punkt. Aber Sie schimpfen auch in dem Buch, würde ich sagen. Also ich habe einige Sachen mir rausgeschrieben. Ich musste auch ein paar Mal lachen über so bestimmte Wortschöpfungen, die Sie da kreiert haben. Sie wagen auch sehr viele Aussagen über die Deutschen in dem Buch, wie die Deutschen sind. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Sachen eingehen, die Sie gerade gesagt haben, die große Transformation ist nichts anderes als das Versprechen einer neuen Ordnung. Der verwaltete Mensch ist geradezu ein Synonym für das deutsche Wesen. Dann sprechen Sie über die Deutschen, die das einzige Volk sind, die es schaffen, gleichzeitig zu verbrennen und zu erfrieren. Also im Winter erfrieren wir, im Sommer verbrennen wir wegen des Klimawandels. Dann sind die Deutschen auch die Einzigen, die lieber einen schlechten Staat haben als einen schwachen Staat. Und die Deutschen sehen sich selbst gern als Konsensgesellschaft, lieber geschlossen untergehen, als für eine bessere Zukunft streiten. Also Sie wagen doch so einige. Und hier ist noch eine. Mit moralischer Überheblichkeit kompensieren die Deutschen ihre Schwächen. Also Sie schimpfen schon gerne auf die Deutschen. Ja, wenn Sie das Schimpfen nennen. Ein bisschen, ein bisschen, ja. Ein Humorist, ein Kabarettist würde das noch viel schärfer ausdrücken. Aber er würde auf den Witz, der Witz wäre ihm wichtiger als der Inhalt. Also ich glaube, ich stehe in der Tradition etwa von Karl Kraus. Den kennt man in Deutschland fast nicht. In Österreich ist er ein Gott. Das war ein großer, völlig unabhängiger Zeitanalyst. Aber eben seine Mittel waren die Polemik und die Satire und die Überspitzung. Und etwas auf den Punkt zu bringen, das ist das, was ich will. Ich will nicht schimpfen, sondern ich will mit einer möglichst knappen Genauigkeit die Achillesferse treffen. Ich würde sagen, das haben Sie in diesem Buch auf jeden Fall gemacht. Das ist sehr einfach zu lesen und sehr unterhaltsam. Im Vorwort, finde ich, gehen Sie ja schon ziemlich hart ins Gericht. Sie schreiben, dieses Buch will die Schafe ermuntern, ihr politisches Phlegma und ihre Volksamkeit zu überwinden und sie dazu anstiften. Manche werden sagen, dazu aufzuhetzen, sich einzumischen, laut zu werden und den grünen Spießbürgern zu widerstehen. Ist es an dieser Stelle eigentlich richtig, von Schafen zu sprechen? Das Schweigen der Lämmer ist das Hauptproblem unserer misslichen Lage. Die Leute ballen die Faust in der Tasche, ziehen sie aber nicht raus. Und deswegen versuche ich, die Leute anzustacheln. Mehr Anarchie, das ist natürlich auf der einen Seite eine Provokation, weil die Leute unter Anarchie sowas wie Umsturz in Revolution verstehen. Anarchie ist aber nur ein anderes Wort für totale Freiheit. Immanuel Kant sprach schon davon. Also der Anarchist, der gehört nicht den Linken, sondern, das ist meine These, daran versuche ich mitzuwirken, der Anarchist kann, darf, muss heute ein bürgerlicher Anarchist sein. Einer, der sich das nicht alles vorschreiben lässt, was ihm heute eine linksgrüne Minderheit, die aber in der Regierung ist und die Mehrheit im Parlament hat, was die ihm vorschreibt. Vom Heizungskeller über seine Art, sich zu bewegen, welches Auto er kaufen soll, möglichst gar kein Auto mehr, was er essen soll, was er nicht essen soll, was er denken darf, was er nicht denken darf, sogar seine Sprache. Mir ist als Schriftsteller die Sprache das Heiligste. Ja, ich bin nicht in Deutschland zu Hause, sondern in der deutschen Sprache. Und jetzt kommen die daher und wollen, dass ich die Sprache verhunze, weil es irgendeiner Genderlogik genügt, die ich überhaupt nicht einsehen kann, dagegen wettert, wenn sie wollen, schimpft dieses Buch. Ja, ein bisschen. Also ich sage ja auch nicht alles die ganze Zeit und es ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam zu lesen. Ich frage mich nur, ob es so, wenn man Leute anstiften möchte, hier steht es ja auch, eine Anstiftung und vielleicht sogar aufhetzen möchte, ob es die, also und jetzt, oh Gott, jetzt merke ich selber, dass ich mich jetzt in dieser Diskussion natürlich verliere, darf man das Wort Schafe sagen, oder weil Leute fühlen sich ja dadurch auch angegriffen. Und ich frage mich, ob man Leute damit dann aufwecken kann, wenn das ihre Idee ist, wenn man sie als Schafe bezeichnet. Ja, das ist ja keine Erfindung von mir. Nein, nein, natürlich nicht. Jeder Bischof ist ein Hirt und wir sind seine Herde. Ja, aber das ist ja ein Positives. Ja, aber das ist ein Bild, das tief in der christlichen Tradition steckt. Aber Schafe sind, ja genau, aber genau, wenn ich jetzt anschaue, dann habe ich wahrscheinlich eine andere Assoziation damit. Ich denke dann an Schafe, an so eine Herde, die dumm ist und nicht, und einfach nur hört und folgt und nicht selber denkt. Eine Herde will geführt werden und das ist in einer Demokratie nicht zweckmäßig. Verstehe. Sie schreiben in dem Buch, wenn das Legale erkennbar illegitim ist, ist es Zeit, sich zu widersetzen. Dann wird auch illegales Handeln gegen den übergriffigen Staat legitim. Ja. Das klingt ja schon fast, als würden Sie zum Widerstand aufrufen. Naja, Widerstand heißt ja nicht, dass man Gewalt anwendet, aber dass man sich widersetzt, nicht einfach alles tut, das fängt, das ist jetzt symbolisch gemeint, ja. Die Deutschen bleiben an einer roten Ampel stehen, auch um Mitternacht, wenn nichts kommt. Ja, ich bleibe grundsätzlich nur stehen, wenn etwas kommt. Ja, das Selbstdenken wird dem Bürger vollkommen abtrainiert. Er soll tun, was man ihm vorschreibt. Und ich finde, man sollte sich zum Beispiel keine E-Autos aufschwätzen lassen, nur weil das irgendwie gerade gut in die Moral passt. Oder subventioniert wurde. Das war ja auch so eine Sache. So ist es. Ja, nur was nehmen, das ist ja wie so eine Hausfrauen-Sommerschluss-Verkaufs-Logik. Ja, nur was nehmen, was billiger ist. Also der Widerstand, man wird ja heute auch für das Legale schon verfemt. Nehmen Sie die Corona-Maßnahmen. Es war für mich absolut notwendig, dass wer nicht ganz den Löffel abgeben will für diesen Unsinn, dass er sich nicht an die Maßnahmen hält. Dass er selbstverständlich zu Hause Leute empfängt, Geburtstagsfeiern macht, rausgeht, auch zu den Zeiten, wo es verboten war. Ob einer sich impfen lässt oder nicht, das ist Privatsache. Ist ja auch lange diskutiert worden, ob man daraus eine Pflicht macht. Corona war schon so ein ziemlicher Einschnitt, wo man gesehen hat, dieser Staat, der ist nicht nur deine Gouvernante, der ist nicht nur der, der dich behütet und beschützt. Das kann auch dein Feind sein. In der Corona-Zeit, so weit würde ich gehen, ich nehme keine Silbe zurück, war dieser Staat mein Feind. Und das hat mein grundsätzliches Verständnis gegenüber dem Staat verändert. Da bin ich noch stärker desillusioniert worden, als ich es vorher schon war. Hat Sie das radikalisiert in gewisser Weise vielleicht auch? Nein, das hat mich natürlich nicht radikalisiert. Verbal vielleicht, jetzt nicht natürlich, dass Sie jetzt den Reichstag stürmen oder so. Ich bin deutlicher geworden, das stimmt, aber ich würde das nicht radikal nennen. Ich bin noch libertärer, noch liberaler. Ich poche noch mehr auf meine Unabhängigkeit.